Ich bin der Heimo Klöckl, der Besitzer und Abmann vom Weststeuerischen Billiard Club. Den gibt es seit 21 Jahren hier in Volzberg. Es gibt nicht nur Fußball und Tennis, was man mit Rundebälle spielen kann, sondern es gibt auch Billiard. Golf und Billiard hat vieles gemeinsam. Man braucht ein Werkzeug, es geht um runde Kugeln und die Unterlage ist meistens grün. Und ich darf euch heute die drei gängigsten Sportarten, Snooker, Pool und Karambol, erklären. Das bekannteste davon ist sicher das Pool Billiard. Da gibt es sieben halbe und sieben volle und die schwarze acht. Dann gibt es aber auch noch Snooker mit 15 rote und sechs andersfärbige Kugeln, die einfach nur unterschiedliche Werte haben. Und das ist wahrscheinlich am wenigsten bekannte, aber was es am längsten gibt, ist das Karambol. Der große Unterschied, da gibt es keine Löcher und man spielt es nur mit drei Kugeln. Beim Karambol geht es darum, mit seiner Kugel einfach die anderen zwei zu berühren. In der Königsdisziplin muss man dafür vorher drei Banden mit seiner eigenen Kugel berühren. Natürlich gibt es zu jeder von der drei Disziplinen auch den passenden Tisch. Der Karambol ist wie gesagt der, der keine Löcher hat und er ist von allen drei Disziplinen auch der schwerste. Außerdem muss der Tisch beheizbar sein. Denn nur so kann man garantieren, dass auf der ganzen Welt unter jeder Bedingung die Kugeln gleich rollen. Das Snookertisch ist der größte von allen. Er hat aber die kleinsten Löcher und die kleinsten Kugeln. Außerdem hat das Tuch eine Laufrichtung und die Tascheneinläufe sind abgerondert. Poolbillard ist sicher das bekannteste. Es gibt aber eigentlich nur vier Disziplinen, die auf der ganzen Welt gleich gespielt werden. Das ist 8er Ball, 9er Ball, 10er Ball und 14 und 1 endlos. Trotzdem kann bei mir aber jeder seine Regeln spielen. Bin aber gerne bereit, jedem in fünf Minuten Turnierregeln beizubringen. Und sollten einmal alle billiardtisch besetzt sein, stellt euch der Weststeirische Billiard Club auch einen Datautomaten zur Verfügung, bei dem es genauso wichtig ist zu treffen, wie beim Billiard. Der Weststeirische Billiard Club ist in der Grazer Vorstadt 120 A in Volzberg. Wir haben über 3000 registrierte Mitglieder. Trotzdem ist nach wie vor jedes neue Mitglied bei mir herzlich willkommen. Jeder, der Informationen haben will, klickt auf meine Homepage www.wbcvolzberg.com. Ich hoffe, ich habe euch jetzt ein bisschen Gusto machen können, aufs Billiard spielen und ich würde mich freuen, wenn ihr bei mir vorbeikommt. Die Köse, die Kugeln, die Tisch und ich, wir warten auf euch.